Das ist Wandelsicher, der Podcast übers Leben, präsentiert vom Hilfswerk Steiermark. Mein Name ist Alexandra und ich bin deine Gastgeberin. Das Leben ist lebendig und deshalb immer von Wandel betroffen. Es fordert uns heraus, uns weiterzuentwickeln. Regelmäßig sprechen wir mit großartigen Persönlichkeiten rund um das Hilfswerk über die Wandlungen in ihrem Leben. Wir erzählen ihre individuellen Geschichten, Werdegänge und Lebenserfahrungen. Nina Hilberger ist als Diplom-Sozialbetreuerin im Wohnhaus der Simultania in Judenburg tätig. Und heute unser Gast in der Spezialfolge anlässlich 30 Jahren Hilfswerk Steiermark. Wir widmen uns dem Thema, wie behindert bin ich? Was bewusst als Wortspiel zu verstehen ist. Liebe Nina, danke, dass du da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön, Alex. Ich freue mich. Hallo. Magst du uns gleich erklären, was genau ist die Simultania? Die Simultania ist für mich eigentlich ein zweites Wohnzimmer. Die Simultania, das Wohnhaus der Simultania, das betreute Wohnen, gibt es seit 15 Jahren und begleitet 15 Menschen mit Beeinträchtigung in ihrem Alltag. Das heißt, eigentlich sind wir eine sehr große WG, eine große Familie, wenn man so will. Es gibt auch noch die Tagesstätte, wo die meisten unserer Menschen mit Beeinträchtigung einen Arbeitstag verbringen. Und das Wohnen findet dann hier statt, wo ich als Begleiterin tätig bin. Wenn du sagst, die Bewohnerinnen verbringen dort einen Arbeitstag, was bedeutet so einen Arbeitstag? In der Tagesstätte ist es so, dass der Tag strukturiert wird, dass es gewisse Zeiten gibt, wo bestimmte Dinge passieren und dass alle Menschen nach anderen Bedürfnissen gefördert werden, nach anderen Möglichkeiten mit ihnen gearbeitet wird. Jetzt hast du gesagt, die Simultania und auch gerade im Wohnhaus ist es so wie in einer Familie. Und wie schaut das in der Gesellschaft aus? Kommen wir zum Thema zurück, das ich angekündigt habe. Wie behindert sind Menschen in unserer Gesellschaft, wenn sie eine Beeinträchtigung haben? Das ist eine total spannende Frage für mich, weil ich glaube, dass jeder Mensch in gewisser Art und Weise behindert ist oder behindert wird durch sein Umfeld oder durch irgendeine Einschränkung, was auch immer. Und deshalb glaube ich gar nicht, dass es so viel Unterschied macht. Es macht nur insofern einen Unterschied, wie man betrachtet wird vielleicht. Also dieses Stigma von einem Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung, sitzt schon die VBs Gefühl nach wie vor wahrscheinlich. Es wird natürlich immer, immer besser, aber trotzdem wird ein behinderter Mensch, also der offensichtlich Beeinträchtigung hat, anders wahrgenommen. Und ich glaube, das macht dann auch noch behinderter. Das erlebe ich immer wieder in meinen Beobachtungen, in meiner Begleitung, dass das Umfeld viel dazu beiträgt. Wie müsste sich das Umfeld bestenfalls verhalten? Meine Wunschvorstellung wäre, wenn ich jetzt zum Beispiel mit einem Menschen mit Beeinträchtigung einkaufen gehe und die Begleitung bin, offensichtlich die Begleitung bin, dass trotzdem der Mensch mit Beeinträchtigung gesehen wird und dass mit demjenigen kommuniziert wird. Das ist natürlich oft nicht einfach, zum Beispiel an der Kasse beim Zahlen, wenn man merkt, der Mensch hat da ein bisschen Probleme oder Hemmungen, ist es natürlich einfacher, ich frage den Begleiter, als ich frage den Menschen mit Beeinträchtigung. Weil da kann es sein, dass ich ihn vielleicht nicht gut verstehe, dass er selber nicht gut reden kann oder gar nicht reden kann. Und das ist natürlich eine große Hemmschwelle, die man hat, dass man in Kontakt tritt. Aber das wäre meine Vorstellung und dann wären ganz viele Menschen weniger behindert, wenn ich trotzdem mit dem Menschen Kontakt aufnehme. Also ich würde gerne eigentlich als Begleiterin unsichtbar sein oder mich am besten irgendwo verstecken, damit der Mensch mit Beeinträchtigung seine Erfahrungen wirklich allein machen kann. Das hatte dann auch für mich viel mit Geduld zu tun, wenn du jetzt so eine Einkaufssituation beschreibst. Wir wissen alle, wie es ist, wenn man einkaufen geht. Dann ist vielleicht eine lange Schlange bei der Kasse, man hat gerade nicht viel Zeit. Das ist eine Stresssituation. Das ist natürlich auch für vielleicht die Dame oder den Herren hinter der Kasse eine Stresssituation, weil die müssen natürlich ihre Arbeit möglichst schnell erledigen. Und da kann es ja auch sein, dass gerade dieses Einfüllungsvermögen oder dieses bisschen mehr Zeit, das es da brauchen würde, in der Hektik auch einfach zusätzlich untergeht. Richtig. Aber ich habe schon den Eindruck, dass ganz viele Menschen, also auch die anderen Kunden, schon extra Rücksicht nehmen wollen. Also ich glaube schon, dass das eine besondere Situation ist, was vielleicht auch nicht normal ist. Warum muss ich da jetzt dann mehr Rücksicht nehmen? Es ist auch eigentlich ein normaler Kunde. Oder wir wollen ja, dass jeder Mensch wie ein normaler Kunde behandelt wird. Das ist so ein bisschen zweigleisig, wo ich mir denke, es ist nicht einfach. Es ist für niemanden einfach. Für denjenigen, der in Kontakt ist, also die Kassiererin zum Beispiel, für die anderen Kunden, für mich als Begleitung dann. Dass ich sage, ich halte das jetzt aus. Ich sage, ich bin da nur Begleitung. Bitte sprechen Sie mit dem Herrn, mit der Dame selber. Das ist oft nicht so gern gesehen. Ich habe oft das Gefühl, dass man dann so wirkt, als würde man sich nicht kümmern vielleicht. Als würde man da nichts zu tun haben, als würde man den im Stich lassen. Und das muss man aussitzen können. Also das ist dann für mich die Geduldsprobe, dass ich auch sage, ich halte das aus. Ich halte aus, dass sie mich vielleicht verurteilen, die Passanten oder die anderen Leute dort sind, weil sie einfach den professionellen Zugang auch nicht haben und genau diesen Blick nicht haben. Das ist sicher nicht so einfach. Und im Fair- und Beurteilung sind wir ja alle ganz schnell in allen möglichen Situationen. Aber das stelle ich mir vor, dass das auch in eurer Arbeit ja auch belastend sein kann. Genau. Aber es geht darum, Erfahrungen zu machen, Erfahrungen zuzulassen. Jeder Mensch entwickelt sich, weil er Erfahrungen macht. Und er entwickelt sich bei positiven Erfahrungen und entwickelt sich bei negativen. Natürlich muss ich einen Rahmen vorgeben, der für Sicherheit sorgt, für eine gewisse Struktur sorgt und der auch den Möglichkeiten des einzelnen Menschen entspricht. Ich kann jemanden nicht komplett überfordern und ins kalte Wasser werfen. Das ist nicht meine Aufgabe. Aber ich muss dafür sorgen, dass er die Erfahrungen, die ich ihm zutraue, die er schafft, dass er die machen kann. Das sehe ich als ganz, ganz wichtigen Punkt in meiner Arbeit. Jetzt hast du gesagt, natürlich auch in deinem Arbeitsalltag musst du das auch aushalten, wenn da vielleicht verurteilende oder bewertende Blicke sind. Aber wie werden Menschen mit Beeinträchtigung jetzt wahrgenommen von anderen? Weil du hast gesagt, es wird eigentlich auch Rücksicht genommen. Muss man Rücksicht nehmen oder was auch immer, aber wie wird damit umgegangen? Ich kann jetzt nur von meiner Region, von der sehr ländlichen Region sprechen, weil ich habe auch Erfahrungen gemacht im städtischen Bereich. Da ist es anders. Aber ich rede jetzt wirklich von mir, wirklich am Land, in einer ganz kleinen Stadt lebend, wie es da so ist. Und zwar, da fühlen sich, habe ich das Gefühl, Menschen füreinander verantwortlich mehr beziehungsweise die schauen nur links und rechts, man ist nicht anonym. Und man will helfen, man will sich kümmern, was ja eigentlich total fein ist. Aber das geht manchmal dann in eine falsche Richtung, diese Rücksichtnahme nehme ich, weil sie dann doch wieder eher behindert macht. Und zwar, da geht es um das, ich will helfen. Und das ist nicht immer gut, weil ich damit eben genau diese Erfahrungen wieder zunichte mache oder gar nicht passieren lasse, auch als Außenstehender. Also es gibt dann echt Leute, das haben wir schon gehabt, die unsere Bewohner, Bewohnerinnen, dann, weil sie gerade irgendwo unterwegs sind, spazieren sind, die sie dann heimführen, also heimführen zu uns ins Wohnhaus und so auf die Art nachfragen, mein, darf der überhaupt allein aussehen? Ist es eigentlich der weggelaufen? So Sachen gibt es. Und du musst dann sagen, nein, das ist ein erwachsener Mensch, der geht einfach spazieren wie du und ich. Punkt. Und da sind wir jetzt auch genau bei dem Thema eben, wie behindert bin ich, wenn ich eben ein erwachsener Mensch bin und fähig bin, spazieren zu gehen. Aber es kommt natürlich aus einem Eck, ich will helfen, ich will den auch beschützen, weil der ist ja schwächer als ich, aber das ist schon sehr diskriminierend eigentlich. Richtig, das ist halt der Blick. Ich habe natürlich den professionellen Zugang, ich kann das schwer beurteilen, es meint sicher niemand böse und es meint sicher niemand diskriminierend, aber es ist es wirklich. Es fehlt da, glaube ich, einfach viel, gerade am Laun, eben an Erfahrungen. Man sieht jetzt wenig unterschiedliche Menschen. Man kennt sich einfach, in einer Stadt bist du anonym, da geht man gleich einmal an irgendwas vorbei. Und es ist natürlich auch so, dass Menschen mit Beeinträchtigung manchmal auffälliger sich benehmen, also ohne jemand anderen eigentlich zu beeinflussen oder zu beeinträchtigen. Trotzdem fällt es auf und manche Leute glauben dann halt sofort, der ist schutzbedürftig, da muss ich jetzt was tun. Und da fällt es vielleicht einfach an Aufklärung oder auch an Erfahrung, dass ich einfach zu selten konfrontiert bin mit so Situationen. Ich möchte ein Beispiel nennen. Wir sind zu unserem Einkaufsgeschäft gegangen einmal, um aufzuklären, dass Menschen auch ohne Begleitung hin einkaufen kommen und die sich manchmal vielleicht ein bisschen anders benehmen in ihrem Rahmen und dass man deshalb aber nicht gleich schauen soll, ui, ist doch keine Begleitung dabei, dem muss ich helfen. Dass das vollkommen okay ist und dass das als normal angesehen wird, weil wir uns gedacht haben, so sorgt es vielleicht für ein bisschen mehr Toleranz in dem Bereich und Akzeptanz und zu sagen, okay, den kenne ich jetzt schon, der benimmt sich so, wie er sich benimmt, ist aber alles okay. Es passt. Er darf allein da sein. Es geht der Person gut, die Person geht einfach einkaufen, ja? Richtig. Jetzt haben wir viel über die Situation des Einkaufens als Beispiel gesprochen. Was wären noch so Situationen, wo du sagst, okay, da könnte mehr Akzeptanz einfach vorhanden sein oder mehr Wissen auch, um die Situation richtig einzuschätzen? Eigentlich überall, wo man im öffentlichen Bereich sich aufhält. Das ist vollkommen egal, ob das beim Busfahren ist, ob das in einem Restaurant ist, ob das im Kino ist, ob das bei irgendwelchen Ausflügen ist. Wenn ich einen Tierpark, Mauternbesuch, überall, wo Gesellschaft zusammenkommt, passieren diese Dinge. Also ich habe halt das Gefühl, dass man schon immer wieder beobachtet wird vom Umfeld, dass geschaut wird, ist da eh wer dabei. Meistens ist es natürlich auch so, dass man eher in Gruppen auftritt. Was ich eigentlich gern vermeide, also ich bin viel lieber mit einer einzelnen Person unterwegs, was natürlich qualitativ viel mehr Wert hat, als wenn man jetzt mit fünf Menschen mit Beeinträchtigung irgendeine Aktivität macht. Das ist schon was, und wo ich mir dann auch denke, die Menschen sehen mich dann anders. Sie sehen mich dann vielleicht gar nicht so als Begleiterin, als Betreuerin, sondern ich könnte ja auch die Schwester sein oder irgendeine Verwandtschaft sein. Also es macht, glaube ich, schon viel aus, wie ich auch auftritt mit den Menschen mit Beeinträchtigung und wie ich natürlich auch mit demjenigen in der Öffentlichkeit kommuniziere oder wie ich nonverbal kommuniziere, also ob ich den bei der Hand nehme, wie ein Kind, oder ob ich nebenher gehe, wie wenn wir zwei Erwachsene wären, wo es wir auch sind. Wenn man jetzt selber zum Beispiel in die Situation kommt, dass man vielleicht eben im Tierpark ist und eine Person trifft, die eine Beeinträchtigung hat, hat dort ein Verhalten, das ich vielleicht einfach noch nicht kenne und ich das Gefühl habe, ich will da jetzt helfen und da könnte was sein und ich muss da jetzt irgendwie eingreifen. Was ist dann die richtige Verhaltensweise, wenn ich mir denke, oh, die Situation ist außerhalb meiner gewohnten Norm und irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss was tun. Schwer so einfach zu beantworten, aber ich glaube, ganz wichtig ist einmal beobachten und schauen, ist das jetzt was Gefährliches, was da passiert, gefährdet der Mensch sich oder andere. Das ist, glaube ich, einmal das Allerwichtigste. Und wenn ich das ausschließen kann, dann sage ich einfach, leben und leben lassen. Natürlich kann ich immer wieder, also hingehen zu einem Menschen und sagen, kann ich ihnen was helfen, ist immer super, wenn ich es zu dem persönlich mache. Und das trauen sich dann wenig Menschen, habe ich das Gefühl. Also es wird natürlich immer geschaut, wo ist derjenige, der für Schutz sorgt, wo ist der Begleiter von demjenigen und dann wird derjenige vielleicht angesprochen. Und das geht es aber nicht, sondern wenn ich das Gefühl habe, ich will da jetzt eingreifen, warum auch immer, dann doch bitte zu demjenigen selber hingehen und in Kommunikation treten. Ist ja fein, ist ja eine schöne Erfahrung, auch wenn eh alles okay ist. Trotzdem kommt jemand auf mich zu und spricht mit mir, ist ja ganz toll. Wir haben jetzt bewusst ein Wort vermieden bis jetzt in unserem Gespräch. Wie geht es dir jetzt, wenn ich dir den Begriff Inklusion gebe? Inklusion? Schwierig, weil wenn es Inklusion so gäbe, absolute Inklusion, dann wäre ein Wohnhaus, wie es hier in der Simultania ist, gar nicht nötig. Dann würde jeder Mensch mit Beeinträchtigung so leben, also in der Gesellschaft, wie es jeder andere tut, in einer Wohnung, in einem Haus, ohne ständige Treuung. Ja, ist nicht so einfach, der Begriff. Also wir sind noch nicht so inklusiv, wie es der Begriff sagt. Das heißt, man liest ja auch eigentlich oft, wir brauchen Inklusion. Generell hört man das Wort ganz oft. Und ich glaube, es ist schon ein bisschen abgenützt, auch aus dem Grund, weil sich ja konkret eh niemand was darunter vorstellen kann. Oder vielleicht wird es auch von der Gesellschaft so interpretiert, es gibt eine Einrichtung wie die Simultania, da sind die Leute, die das brauchen, eh untergebracht. Und dann ist die Inklusion ja gelungen. Könnte auch missverstanden werden, das Konzept. Ich glaube ja, dass es so gesehen wird. Schön wäre, wenn es das Wort Inklusion gar nicht geben müsste. Das heißt, wenn das gar kein Thema mehr ist. Um das geht es, glaube ich. Weil eben mit dem Wort selber kann man schwer was anfangen. Das heißt, Integration geben und dann die Inklusion, sozusagen die Stufe drüber. Und trotzdem denkt man immer bei Beeinträchtigung, bei Behinderung an Institutionen, an Einrichtungen. So wie du sagst. Das ist immer verbunden damit. Wenn es das alles nicht geben würde, würde es wahrscheinlich das Wort ja gar nicht mehr geben müssen. Dann ist die Inklusion da. In jedem Bereich. Eben nicht nur im Bereich, wo es jetzt Menschen mit Beeinträchtigung gibt. Genau darum sprechen wir heute über das Thema. Und du hast ja basierend auf deinem Alltag auch sicher einige tolle Geschichten zu erzählen. Kannst du uns so eine oder zwei Lieblingsgeschichten erzählen, was schöne Erlebnisse sind in deinem Beruf? Da gibt es auch eine besondere Geschichte für mich, die ist im Wohnhaus, im Wohnen passiert. Nämlich, wir haben einen Bewohner, einen Herrn, der im Rollstuhl sitzt. Und der hat immer dann, also wir haben ja Nachtbereitschaft. Das bedeutet, um 10 Uhr ist bei uns so, dass die Begleiter schlafen gehen dürfen und im Notfall natürlich aufstehen. Je nachdem, welcher Begleiter Nachtbereitschaft hat, geht mal früh schlafen, also wirklich dann um 10. Oder man hat auch wenn der natürlich länger auf ist. Jetzt ist es so, dass derjenige Bewohner immer um 10 Uhr ganz zu Beginn schlafen gehen hat müssen, weil er von seinem Rollstuhl nicht selber in sein Bett gekommen ist. Und das war natürlich schon ein Thema. Er ist nämlich der absolute Nachtvogel. Für ihn ist 10 keine Uhrzeit. Ja, was machen wir? Es war dann so, dass man gesagt hat, naja, was behindert dich dran oder was brauchst du außer an anderen Menschen, um vielleicht selber in dein Bett zu kommen? Und er hat das dann wirklich trainiert, natürlich immer in Anwesenheit von jemandem von uns, mit verschiedenen Hilfsmitteln, die wir natürlich ausgetestet haben, selber vom Rollstuhl in sein Bett zu kommen. Und er hat das immer geübt, bis er dann draufgekommen ist, welches Hilfsmittel er braucht, nämlich eigentlich einfach nur sowas wie ein Seil, mit dem er sich dann so ein bisschen noch einen Ruck geben kann und reinziehen kann. Und wir haben da auch ein Notfallsszenario durchgespürt. Es gibt nämlich eine Notfallsklocke, die ist am Nachtkastl installiert. Das heißt, wir haben auch das geübt. Er ist am Boden gelegen und hat geschaut, ob er das schaffen wird, dass er sich dort irgendwie hinzieht, hinrobt, wie er immer. Und das hat er auch geschafft. Das heißt, er hat gewusst, im Notfall ist es zwar blöd, wenn ich am Boden lande, aber ich kann für Hilfe, also ich kann mir Hilfe besorgen. Und unser mutiger Chef hat einmal eine Nachtbereitschaft gehabt und der hat es dann gewagt und hat gesagt, weißt du was, probiere es heute einfach. Und es ist geglückt. Und seitdem macht er das. Und seitdem ist er weniger behindert. Seitdem kann er komplett selbstbestimmt, wann auch immer, und wenn es vier in der Früh ist, ins Bett gehen. Und wenn er dann in der Arbeit müde ist, ist das sein eigenes Problem. Aber es ist eine Erfahrung und er ist ein erwachsener Mensch und kann das komplett allein selber bestimmen. Weniger behindert. Also ich finde, das ist eine extrem inspirierende Geschichte, auch insofern einfach zu sagen, wenn man ein Ziel hat, da wirklich konsequent darauf hinzutrainieren, dabei zu bleiben. Also das kann man ja viele Lebensbereiche als Inspiration für einen selber mitnehmen. Eine Geschichte hätte ich noch, und zwar die betrifft wieder mehr den öffentlichen Bereich. Wir haben einen Bewohner, der geht schon auch gern alleine spazieren und probiert sich auch gern aus in gewissen Dingen. Und da gibt es schon eine Geschichte, und zwar der ist dann in Murwald spaziert, also wo der Fluss dabei ist, und hat sich gedacht, also das ist das, was wir erzählt bekommen haben, weil wir waren ja nicht dabei, dass er einmal die Schwäne anschreit und schaut, was passiert. Und eine Dame hat sich dadurch, ich weiß jetzt nicht genau, ob sie sich gestört gefühlt hat, oder ob sie gedacht hat, dem gehört Kulven und warum ist da niemand. Und hat den zielgerichtet, heimgeführt, dort, wo die Behinderten daheim sind, und hat so mehr oder weniger gefragt, was der da allein macht, weil der benimmt sich da nicht richtig. Und ja, wir haben dann eh höflich gesagt, dass das jetzt nichts ist, was jetzt auf irgendeine Art und Weise jemanden gefährdet, und dass das eigentlich nicht nötig wäre, gell. Aber das Thema hat man schon oft, dass man sagt, die Behinderten, die kehren dort hin, am besten nur ausgehen mit Begleitung, und sonst bitte bleibt es im Heim. So hat man schon oft einmal einen Eindruck noch, gell. Obwohl das eigentlich ein erwachsener Mensch ist, der jetzt irgendwo am Deich ist, am See ist, und einfach mal schauen wollte, was passiert jetzt, wenn ich den Schwan laut rufe, zum Beispiel. Es ist schon spannend jetzt für mich, für uns alle vielleicht auch, weil wenn ich schon in die Situation eingreife, dann zum Beispiel, davor kann ich jemandem Hilfe anbieten, wie soll ich eingreifen, dann hätte ja die Dame auch sagen können, warum verhalten Sie sich so, oder warum machen Sie das, oder glauben Sie, ist das richtig, wenn Sie jetzt so laut rufen, die Schwäne erschrecken sich, oder einfach in Kommunikation mit dem anderen Menschen gehen, und dann nicht quasi ins Auto packen. Richtig, da geht es einfach darum, was ist für mich normales Verhalten, wie beurteile ich das, und wie wert ich gleich, gell. Und ja, jeder Mensch ist anders für jeden, hat normal sein, einen anderen Wert, eine andere Bedeutung. Was ist schon normal, solange ich niemanden gefährde, oder mich selber nicht gefährde, denke ich mir, habe ich schon einen großen Rahmen, in dem ich mich bewegen kann. Vor allem, wenn ich im Wald bin. Also es ist echt wirklich nur um die Erfahrung gegangen, ich schreie jetzt einmal, weil ich schaue, wie fliegen die Schwäne weg, zum Beispiel, Punkt, fertig. Weil der Mensch vielleicht bis dato in seinem Leben ja gar keine Möglichkeit gehabt hat, die Erfahrung zu machen, weil ich bin jetzt sicher, dass viele Kinder das zum Beispiel ausprobieren, dann haben sie den Erfahrungswert einmal und machen es vielleicht als Erwachsene nicht mehr. Aber wenn ich die Möglichkeit nicht gehabt habe, dann hole ich es halt nach. Richtig, beeinträchtigte Menschen haben ganz viele Erfahrungen immer sehr behütet gemacht. immer in Begleitung von Elternangehörigen, wo ganz oft gesagt wird, auch jungen Erwachsenen noch, so benimmst du dich, das ist richtig, das ist falsch. Und wenn ich dann einmal auf mich gestellt bin, will ich natürlich mich ausprobieren. Jeder Jugendliche, jedes Kind macht das. Das erste Mal in Lande zu Hause sind, da benimm ich mich wahrscheinlich auch anders, als wenn die Eltern dabei sind. Kann mich erinnern. Genau, und genau so ist es da bei uns im Wohnhaus. Das ist für die meisten, die bei uns da einzogen sind, die erste, kann man sagen, eigene Wohnung. Weg von den Eltern. Was will ich machen? Neue Erfahrungen will ich machen. Und wir wollen das natürlich fördern. Das ist total schön. Die persönliche Freiheit auch mal erleben zu dürfen, quasi. Richtig. Du hast ja jetzt schon einige Geschichten mit uns geteilt, Anekdoten auch so ein bisschen erzählt, wie deine Arbeit so ausschaut, so in Ausschnitten. Wie kann man sich jetzt deine Tätigkeit als Diplom-Sozialbetreuerin in einer Einrichtung wie der Simultane im Wohnhaus vorstellen? Wie schaut so ein Arbeitstag bei dir aus? Was machst du den ganzen Tag? Im Wohnhaus ist ja die große Besonderheit, dass wir 365 Tage im Jahr besetzt sind. Also es ist immer wer da, nicht immer ich, aber meine Kollegen natürlich auch, unser ganzes Team. Und es gibt zum Beispiel die Frühdienste, die um 6 Uhr starten. Da komme ich zum Dienst. Dann ist einmal eine kurze Dienstübergabe mit der Nachtbereitschaft, die da war. Trinken dabei einen Kaffee und quatschen dann, wer wohin geht, wer welche Menschen unterstützt. Es gibt natürlich in der Früh unterschiedliche Situationen, die je nachdem, wie viel Unterstützungsbedarf gefordert ist beim jeweiligen Menschen. Bei manchen Menschen reicht es. Der braucht nur Unterstützung beim Aufwecken oder vielleicht beim Frühstück machen. Manche Menschen brauchen aber wirklich komplette Unterstützung bei der Pflege. Das bedeutet wirklich alles. Das bedeutet duschen, Zähne putzen, rasieren, was auch immer, was so anfällt. Das ist einfach die Hauptfrühdiensttätigkeit, bis alle in die Arbeit gehen. Das ist dann ab 7.15 Uhr, ist die Tagesstätte offen. Im Frühdienst selber, es gibt auch den Frühdienst, der dauert bis 15 Uhr. Da sind dann einfach allfällige Dinge zum tun, wie Wäsche waschen, schauen, dass die Küche aufgeräumt ist, Arzttermine wahrnehmen, Rezepte besorgen, alles, was dann am Kalender steht. Wo ich nicht unbedingt jetzt in der Begleitung, in der Betreuung bin, sondern die Sachen, die ich einfach so organisatorisch vielleicht auch selber mache. Behördenwege, das sind die Haupttätigkeiten vom Frühdienst. Die Wäsche natürlich nur von denjenigen Bewohnern, Bewohnerinnen, die selbstständig, beziehungsweise auch mit Unterstützung nicht fähig sind, Wäsche zu waschen. Die Wäsche derjenigen, die recht selbstständig sind, wird natürlich mit Unterstützung am Nachmittag, Abend gewaschen, wie jeder von uns das daheim halt macht, der das dann nach der Arbeit machen muss, sein Haushalt. Und da gehört das natürlich auch dazu. Ja, dann kommen wir eh schon zum Nachmittagsdienst. Da sind wir meistens zwischen drei und fünf Begleiter im Dienst. Und da passieren ganz normale Wohngeschichten. Freizeitaktivitäten, Alltag im Haus, vielleicht Sportprogramm, einmal zum Schwimmen gehen, Einkäufe erledigen. Und dann am Abend natürlich auch so Situationen, dass ich mir einmal eine Kleinigkeit koche, beziehungsweise dafür sorge, dass ich was esse. Es muss jetzt nicht gekocht werden. Es reicht auch, wenn ich mir ein Butterbrot schmiere oder so. Also es geht einfach darum, dass ich mich selber versorgen kann, beziehungsweise mit ein bisschen Unterstützung, mit ganz wenig Unterstützung, vielleicht dann irgendwann gar keine Unterstützung mehr, dass ich so selbstbestimmt wie möglich dafür sorgen kann, dass ich einfach jetzt einmal essenstechnisch auch versorgt bin. Ja, und dann ist eh die Nachtbereitschaft. Da bleibt dann auch Begleiter im Haus und da geht es dann einfach nur darum, dass man den Tag ausklingen lässt, wie das auch immer ausschaut. Das ist jeden Tag unterschiedlich. Das ist auch zu jeder Jahreszeit unterschiedlich. Ganz normales Wohnen einfach. Also ich weiß, was du gemeint hast, wie du eingangs gesagt hast. Das ist eigentlich wie eine große WG auch. Man kennt sich auch und von jedem so die Eigenheiten und klingt für mich jetzt persönlich sehr schön. Was ist nochmal das Allerschönste für dich an der Simultania? Dass ich wirklich in mein zweites Wohnzimmer gehe. Also für mich hat meine Arbeit überhaupt wenig Beigeschmack von Arbeit, weil ich zum Wohnen da bin und ich muss Wohnen vermitteln, ich muss Freizeit vermitteln, ich muss eine Entspanntheit vermitteln und eine Gemütlichkeit und deshalb gehe ich einfach jeden Tag entspannt in die Arbeit. Und das ist das richtig Schöne daran, weil man ein Stück daheim ist da. Das ist das Allerschönste. Ich sage immer recht herzlich Danke, liebe Nina, weil du hast uns, glaube ich, einen ganz, ganz tollen und wichtigen Einblick gegeben. Ich glaube, dass es ein ganz kleiner, aber ein wichtiger Schritt ist, auch einmal zu verstehen, was passiert in solchen Einrichtungen, nenne ich es jetzt, oder in Wohnhäusern, wo die, die behindert sind, von der Gesellschaft, sage ich jetzt, sind. Was ist denn das? Und ich glaube, wir haben es vielleicht, oder ich hoffe, wir haben heute alle gemeinsam ein bisschen mehr verstanden, worum es geht und was es vielleicht auch braucht. Also danke dir dafür, war eine sehr schöne Folge. Schön, das freut mich. Dankeschön. Das war Wandelsicher. Hat dir diese Podcast-Folge gefallen? Dann empfiehle uns doch weiter. Alle Episoden und Gespräche mit außergewöhnlichen Menschen sowie Neuigkeiten rund um das Hilfswerk findest du auf unserer Website unter www.hilfswerk-steiermark.at Oder besuche unsere Social Media Portale. Du findest das Hilfswerk Steiermark auf Facebook und Instagram. Bis bald und wir hören uns. Das Hilfswerk Steiermark 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 Ste